so und da sind wir auch wieder zurück bei Star Wars Battlefront 2 wieder Multiplayer diesmal mit zwei Gästen sagt Hallo meine Lieben war ja klar blödes Arschgesicht so wie er uns haben möchte mit dem Pfadling rumgefahren hui jetzt mal schön durch die eigenen Reinbrettern hier oh nein auch keiner bau und Sport wie hat das Spiel verlassen aber ich bin in der Basel eine mit ihrem Pfad die Miesung und von der da ich glaube die Roboter der drittlich bei den Ruppen ganz neu oder ist ein weiterer Heckvorgang Heckvorgang bei ich hatte wieder ein er kommt die Verlust 2 Ahrgeleiter ohne Sekunden okay immer lieber eine andere Troppe die Wärme und auf den Grado 8 jedoch bei dem Baumstammraum ist ja super oder habe ich noch ab zwei Kälte nach Sink und Kampfläufer anscheinend ich möchte es aber nicht wirklich nicht aber scheibe der fahrzeuge ich bin da noch nicht einmal drauf gewesen jones bist du irgendwie so ein Sniper Arsch da oben auf dem Baum ist ein Dreckskerl schießt mal in die Nähe ich sehe dich gar nicht gut zu wissen da ist dieser Sniper Arsch abschließend weil das meint es nicht dies war auch schon jetzt weiß ich wie du meinst nur noch fünf Uhr alle laufen dabei wobei keiner sieht in der Klinik Leute hier und das Leber auch schon ein bisschen Wahnsinn Alter du scheiß ich schießt mit der Wettbewerb auf der Kippe mit der Pistole die Rebellen Soldaten können nichts kommen sie aber auch mit der Pistole, ich seh das doch gerade hm habt ihr auch gar mit der Pistole gesehen hi komm schon oh der hat auf Goff gezielt ich hab's gesehen ich geh dir vor der Schutz Metador Frost jetzt läuft nicht in die Reichweite der Bäume wird er dem Schussfeld entkommen hier sehen sie die Reportage oh es sieht eng aus es sieht sehr eng aus erst mal nach Leiden und Rolls ist gewagt außerhalb der Schusslinie da wird er plötzlich von hinten von seinem eigenen Kollegen angeschossen was passiert jetzt er lädt wieder nach warum auch immer weil ich geschossen hab und er schießt und er hat ihn getroffen ein Wunder und boah das war das Ding Prozent Pust, hallo alle lauten hier in der Base-Rub auch ganz nice so tot, nein oh, ich bin tot nee, ich bin nicht tot der Typ, den ich angeschossen hab, ist tot was erwartet oh geil, ich hab botanischer Spiegelung äh, glaubst du mein Freund ich bleib an ganz gut das ist einfach nur geil mit den Lenkraketen Kratzen, weiter geht´s ähm Kniekratzen ähm, was nehme ich nicht mehr für ein Unser Kommandopunkt wird uns erneut Isoleite singt nach hab ich hab noch nie mehr leer geschossen jetzt steht doch er steht vor mir und ich habe noch ein Strich oh, geht doch getragen, stopp, stopp stopp, stopp, stopp kill, go, 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 go ein Knochen, kill aus welchem Grund auch immer ich habe erst acht Kills oben ist einer mit einem Kühl und der ist vor mir ich habe keine Ahnung wie viel Kills ich habe, bin leider auch gerade zu beschäftigt Los Oh, alle hier ans Foto sind immer wieder das Beste Los geht's, hecken wir den AT-AT ATS-T, musstest du, dass die Raketen zielsuchend sein können? Echt jetzt? So, jetzt kriegen die aufs Maul Nein, wenn du das Fahrzeug mit Kuh anvisierst Jetzt kriegen die aber richtig eins aufs Maul Ich glaube jetzt gerade im ATS-T rum, ne? Wie will der mit Kuh anvisieren? Das ist gar nicht Also dafür muss ein Fahrzeug in der Nähe sein Na, mein Kleiner? Wie fühlt man sich so am Boden von meinen Füßen? Was denn? Volle Breitseite Mist Das war dann ich Ja, die erste Mal leer Das schieb doch, meine Bissbole Jetzt fliegt da weg mit deiner... Ja, kacke Nein, naaaah Komm, ihr Parket und der schießt nicht Hier noch ein Hobbys, gut, ich meine, deren Namen an eine Seifenblase beispielsweise Tod Ich hab erst überlegt, ob ich mich äh, Gummi-Dächer oder Winnie-Pudern, auch voll die geringe Nahe Alter, hätte ich hier schlagen, das kannst du mir glauben Alter, ey, ihr lauft hier alle rum, die Maus bewegt sich euch mit 500 km, hey und hey Ja, ich weiß Ich hab auch ne Gamer-Maus, die ein Mal über Bildschirm berast beim Antreten Ja, ich hab die Mausumfindlichkeit fast auf 100 Ich hab sie auch 50 Oh! Ah, schön, gleich Schrott Yo! Jetzt mach doch Ich glaub ich hab noch nicht ein Kill gekriegt, weil es mir... Nein! Ich hab mich abgeschossen, da kommt andere und kill dich Super! Das kennt man ja So, äh, wo ist 5, verdammt 5, der ist irgendwo mittendrin, keine Ahne Geh jetzt erstmal zu 4 Äh, ach, da bist ja Also... Hallo, Ente Stoppst du? Ähm Alter, willst du mich hier grad ver... Jetzt stirbt er, jetzt stirbt er Oh! Boah! Haha, erst tot Gern Picken So, das war immer mit meiner Meisterin, also war Sagt man doch nicht Doch, ich darf das Erste, er darf das, ich werd das Sport und Sterbe sofort Ich bin der, der für die Fluche, für die Flüsche zuständig ist Und für das gute Deutsch Ja Ja Ein Kill! Boah! Entschuldigung, ich hab in Deutsch nicht... Ich bin auch so ungefähr drauf. Nice. Wo bist du? Und schon war Schrott. Ah, super. Wer, du fliegst mich von hinten um. Glaub ich war die falsche Richtung. Oha. 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 Du tust mir weh. Hubschraube. Ach da. Entschuldigung, ich hab dir grad voll eine Rakete in den Kopf gesammelt. Ich hab's gemerkt. Ich brauche die Sanitäter. Wo bist du? Ich will die Abschieber nicht. Hallo. Oha. Nein. Daneben. So ein Dreck. So ein Dreck. Mist. Wo? Ich hau ab. Keine Chance. Muha. Ach, das ist unser Sport. Ich dachte schon. Mein Leben. Mein Leben. Oh, jetzt ist das Fahrzeug weg. Das hab ich genommen. Oh, Arsch. So ein Kennzimmer. Du bist weggelaufen. Vielleicht wolltest du's nicht mehr. Ich wollte meine Waffe auflaufen. Tja. Ich versuch's dir grad sinnvoll zu verwenden, aber allerdings bin ich kurz zum Sterben. Deswegen... Du und sinnvoll verwenden. Ja eben. Das war auch in Anführungszeichen gesagt. Oh, zehn Pils. Wow. Wahnsinn. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. So, wo haben wir die Leute denn alle? Wir sind mit dem Raketen rucksecken. Wir landen auf einmal vor dem Bistot, ey. Ja, das ist nicht so. Und ich spieg mal durch die Gegend heizen hier. Oh, du bist grad mir vorbeigert. Sau. Tja. Nein. Hallo. Ja, guck mal, nur Posten viel gehört wieder uns, ne? So. Oh, maja. Alter, flieg mich dauernd gegen die Bollen. Entschuldigung. Junge, der guckt von seiner Base auf Meinung, killt mich. Mit diesem AT-Ding nach. Hallo auch. ATS-Di. Na, mein Freund im AT-ST. Sie sind doch nur Führungsstaben. Ich wurde getötet. Oh, eine Runde mit dir. Sniper von hinten. Bam. So, dann wann kommt ein Schlitten wieder? Ich mach hier dauernd Pistolen. Teamkills. Oh, da ist einer deiner deiner deiner. Und ich fehle und getroffen. Vala, Maltino hat nicht gekillt. Das sind getötet. Du siehst mich erstaunt. Oh, er hat nicht gekillt. Oh, er hat nicht gekillt. Ich hab ein paar mehr gekillt. Und jetzt habe ich ein Teamkill gemacht. Und es geht um ein Schadenland an. Hm? Oder meintest du ihn für die Hähnchen? Ach so. Ach so. Oh, ich hab einen Kommandoposten eingenommen. Bam. Das war dann er. Vielen Dank auch Bart, dass du mir meine Kills weggeklaut hast. Ja, der hat mir den auch gerade geklaut. Ah, nimm deine scheiß Pistole und töte ihn doch einfach. Wow. Wollt ihr mich hier alle ver... Alter, du bist an mir vorbeigeraut. Oh, scheiße. Aua, aua, aua. Es tut weh. Tot. Ey, ist der guckstiger eigentlich ganz gut. Der ist scheiße langsam, aber es hält ordentlich was aus. Ich hab den Baum gefahren. Dau, geiler Baum. Blöder, blöder, böser Baum. Alle sind hier tot, oder wie? Ich hab's auch nicht. Hat sich das nicht grad irgendwo hier rausgekriegt? Ich spore und vor mir rollt so'n... so'n Tibi halt wieder, ey. Jedes Mal dasselbe. Hallo. Der wäre dann tot. Uh, 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 uh. Granate. Oder was das auch immer ist. Ja, mein Kommandoposten runterkontrolle. Dann wollen wir mal kurz gucken. Ja, schade, Granate fast den Kopf geworfen. Bin trotzdem noch gekillt. Obwohl ein paar Meter von weg lag. Spieler gekillt. Oh, Jack. 50 Kills. Ja, mein Kommandoposten unter Kontrolle. Ach. Wo spiel ich eigentlich noch Allianz-Vogu? Wo hier nennt, wo mein ATS-T rumläuft. Weil du schlecht bist. Äh. Ach, da oben! Das war's mit dem. Ja, klar, da wird mir wieder der Kehl geklaut vom Bad. Der kann das gut, ey. Ja, Bart. Ja, der ist immer bei mir oder bei dir. Ja. Ja. Oder bei mir. Ach, apropos. Ja.